Oh nein! Wo ist mein Kopf? Ich seh ihn nicht! Hier ist Earth-Infused Stone. Limestone. Dark Ore. Wir suchen Gravel. Sucht Gravel. Und irgendwas ist hier... Hier geht's wieder raus, ne? Hier gibt's irgendwas. Ja. Da sehen wir übrigens wann's Tag wird. Hier wohnen wir in dieser großen Griechenhöhle. Hat mir jemand mal irgendwie so ein Set Sachen gecraftet hier oder nicht? Geht noch nicht ohne Gravel. Achso, wir brauchen echt original Gravel. Ja. Also wir brauchen Flint. Wir können auch falschen Gravel nehmen, aber das bringt uns nichts. Dark Ore. Ja. Jan buddelt irgendwo hin und sucht ein bisschen. Boah, was hab ich denn hier für ne... Was zieht mich denn hier an? Hallo? Dumm oder was? So. Ich hab ne Kuh mit Hut gefunden. Living Entities detected in Airspace. Prepare for multiple impacts. Äh. Ich würd nicht rausgehen jetzt an der Herstelle. Nein. Das sind die Meteoriten. Die viel besungenen. Gut, dass wir hier unter Tage wohnen. Das passiert nichts. Ja, aber die Meteoriten gehen auch so ein bisschen, wenn sie einschlagen, auch unter Tage. So, ich leg mal schon mal ein bisschen was zu essen, was ich gesammelt hab. Oh, essen ist gut. Gib mir mal was. In die Kiste. Da. Gebratenes Fleisch hab ich nämlich da jetzt reingehauen. Was ist denn da jetzt gebratenes Fleisch? Ach so. Komm her, komm her, Zombie. Porkchop. Oh man. Wo kam denn dieser Zombie eben her, der da so ein bisschen auf Speed war? Der rannte da rum in der Höhle. Okay, das geht definitiv nicht. Äh, der Zombie, der, der killt mich, wenn ich ihn haue. Geht das schon wieder los? Diese Special Mobs. Hier ist draußen einer vor der Tür. Der Zombie King. Ja, ja, direkt davor. Oh nein. Äh, ich wollte mich da jetzt hier durchbuddeln. Zombie King, tot. Ich hab einen Eingang gemacht. Uh, uh. Ich hab einen, ich hab einen Goldbacher. Z. Uh. Mit dem kannst du noch nicht viel anfangen. Ist das geil, ne? Russell ohne Kopf. Du hast nur einen Arm. Was willst du überhaupt? Nö? Ein muss mit dem Armlosen, ne? Ich mach jetzt mal ein Steinschwert. Was geht denn hier? Was habt ihr alles schon hier... Was geht denn hier durch? Ich hab da hinten nur mal zugemacht, damit da nichts reinlaufen kann. Ja. Weil draußen lief grad ganz viel... Alter, hier läuft aber ganz viel los herum. Hallo? Jemand draußen? Ich geh mal raus, ne? Nee, quasi. Ich bin grad wieder reingelaufen. Comet Knight incoming. Äh, ich geh wieder rein. Tschüss. Comet Kitty incoming. Ah! Ich komm runter. Ich komm runter. Das ist auch direkt in der Nähe. Wow! Ja, das ist direkt hier. Wow! Scheiße! Ähm, unsere Base ist äh... Wir ziehen um. Wir ziehen um. Er hat etwas gerettet können. Kommt hier hinten rein. Kommt hier hinten rein. Wow! Scheiße! Okay, vorbei. Mach zu! Mach alles zu! Wer der Sache hat, mach zu! Ich hab leider grad nix. Ich hab die Kiste mal leer gemacht. Ach, wir wohnen jetzt weiterhin hier. Vor allen Dingen erstmal genau wo wir wohnen, oder was, ey? Du Scheiße, ne? Ich wollte schon immer mal einen Katzenregen haben. Oh Mann, ey! Okay, dann schmeiß ich den Kramer wieder zurück hier. Ja, im Zweifel müssen wir vielleicht einmal so eine Etage tiefer. Gibt's eigentlich einen Deathcounter oder sowas? Weiß ich nicht. Wenn nicht, können wir laufen übrigens draußen rum. Wenn nichts, können wir... Wir haben nur 13 FPS. Was ist denn hier los, ey? Mein Mann, Mann. Ich hab nicht nur 13. Ja, 25. Ich hab gern mehr. Ist jetzt draußen mal wieder Licht, oder what? Nein, 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 das ist noch dunkel. Es ist 4.25. Echt, ey. Ach stimmt, ich krieg's ja angezeigt. Das steht doch da. Mit diesem Drecks-Anzeigeding da. Ah, Leck. Ja, so schön. Hallo, 3 FPS. Was ist denn hier los? Ja, das leckt hier zwischendurch richtig übel. Ja, das ist gar nicht so. Ja, das ist zum ersten Mal so. 1 FPS. Jetzt gehen sie wieder hoch. Schön. So, ähm. Gut. Machen wir weiter. Man konnte ja aber normalen Kram herstellen, um jetzt in Schwierigkeiten zu geraten. Ja, du kannst ja schon ne Schaufel herstellen. Ja, ja, deswegen. Dann baue ich mir jetzt noch ne Pickaxe und dann kann ich auch weiter nach Gravel suchen. Ja, das mach ich auch gerade. Ja, wenn's draußen mal Tag werden wird, dann würde ich ja raus. Wieso unterirdisch ganz so was? Ich hab mir auch Steinschmecke gemacht. Oh ne, unterirdisch, das ist immer so da. Ja, mach das jetzt zu, wo ich grad gebuddelt hab. Wieso buddelst du nicht ein bisschen tiefer, Rather? Ja, wollte ich gerade, aber der Harpe hat's ja zugemacht. Dann haben wir ein buddeliger Tier runter. Noch essenstechnisch was oder müssen wir da was besorgen? Ja, der Harpe, der Harpe ist böse. Wieso das denn? Wieso das denn? Ja, weil ich's gesagt habe. Wer anderen in die Möse weiß, ist böse meist. Auch das, ja. Auweia. Hallo Niveau. Ich such das mal eben, ne? Tschüss Niveau. Es muss irgendwo hier unten sein. Halt euch, ich gucke. Aber es merkt tatsächlich ein bisschen mit. So, Leder. Das waren die komischen Katzen. Ja, das waren die Katzen. Die rennen wahrscheinlich draußen noch rum und lecken jetzt überall. Gar nicht an der Klo Papier gefunden. Geil. Guck mal, ich muss den Arsch abwischen. Darf ich jetzt endlich raus? Wird's jetzt bald mal da? Es ist erst 5 Uhr. Hast du noch ein bisschen Zeit, bis wir noch rausgehen? Kann wir jetzt endlich Popowitze machen? Ja, ja, geht. Wir müssen Gravel finden, Freunde. Gravel. Hast du eigentlich den Timer neu gestellt, Harpe? Ja, Gravel bitte. Habt ihr gar keine andere Konoration gemacht, oder? Wolltet ihr das nicht machen? Ich hab eine gemacht, ne ganz kurze, aber... Ja, echt? Gehen wegen. Hab ich gar nicht gehört. Ja, genau. So ne kurze halt. Ich bin ne Rapper, es geht jetzt weiter. Ich hab nicht viele Worte übrig. Also, die haben hier draußen gut was kaputt gemacht. Muss ich ja definitiv sagen. Ich komm jetzt auch gucken. Ist der ein Held draußen? Ja. Komm mal raus. Boah, überall, überall sind hier Einschusslöcher. Ja, deswegen leckt sie ja auch wie Sau. Ja, weil der ganze... Weil hier... Alter! Bis zur Hölle. Was denn hier passiert? Boah, wie viel Hamper haben die Kitties? Hier laufen auch noch Katzen rum, ja. Ja, ich sammle mal den ganzen Dreck ein. Äh, ja, wahrscheinlich schon. Die haben Helme auf, die Katzen. Ich greif mal einen an. Ja, das sind Katzen auf Doom. Kommen von einem anderen Planeten und haben den kurzen Schwanz. Ja, aber die greifen nicht die an. Die Katzen schlagen, die machen nix. Gebt mir all euren Loot. Boah, sie haben ja alles weggesprengt. Ja. War richtig übel weggesprengt, haben die. Und genau da, wo wir gewohnt haben. Ja, ja, sonst nirgendwo. Oh Mann, ey. Ob das Homing-Kometen waren? Dreck einsammeln, Dreck einsammeln. Die ist alles kaputt hier draußen. Ich hab ne Zucchini gefunden, ne. Wer möchte sie haben? Das sind echt die abgefahrensten Katzen, die ich hier gesehen hab. Ja. Hallo Mietz Mietz. Kabumm Mietz Mietz. Die kam auch sehr überraschend jetzt irgendwie. Ja, die machen nix. Mietz Mietz. Deinen Helm möchte ich haben. Machst du mit den Regen aus? Regen? Achso. Du kannst auch die Partikel einfach runterschrauben, dann siehst du den Regen nicht. Äh, den Regen nicht. Schade. Da ist so ein, da ist so ein Zombie-King da unten. Zombie-King, hu hu hu. Ist das so ein Special, oder? Naja, der hat so ne Krone auch. Also die haben schon einiges gemacht. Egal wie weit die weg ist, die sind überall Einschlaglöcher. Ja. Also nicht nur bei uns. Die rennen auch tausend von den Viechern rum, ey. Wir sollten die vielleicht wirklich mal töten. Die ganzen Katzen, die lecken. Die lecken. Und die ganzen Items, die grad hier rumliegen, ne. Die müssen alle erst despawnen, bevor da irgendwas passiert. Ja, jetzt kann ich quasi Katzen mit einer guten Begründung ab, äh, ab, ab, ab. Ich hab Maiskorn gefunden. Das ist für mich persönlich jetzt, äh, ne Win-Win-Situation. Die haben hier, die haben alles zerstört. Aus der Katze aus Gravel, ich hab Gravel gefunden. Die haben versucht mal Flint rauszukriegen. Die Katze hat nen Hut. Juhu. Mordheim-Hut. Wie kann man die Hüte einstellen? Mit H, oder? Ja, mit H, mit Sicherheit. Mit H, ja. Aber es lag hier so übel. Ja, weil so viele Items einfach rumliegen. Auch so viele Katzen hier rumrennen. Aber die kriegen wir gar nicht alle getötet. Die sind in so'n Umkreis. So, äh, ich hab übrigens grade festgestellt, dass meine Nationalität sich geändert hat. Was? Wie, was? Ja, meine Nationalität hat sich grade geändert. Und, was bist du jetzt? Äh, warte. Außerirdisch. Ich bin jetzt Norweger. Hä? Wo steht denn das? Und warum bist du Norweger? Äh, siehst du gleich, wenn wir uns wieder treffen. Da ist ne Katze mit ner Telefonzelle aufm Kopf. Ja, den Hut kannst du anziehen. Wenn du den Hut umbringen, dann kannst du den Hut anziehen. Dann können wir Hütte-Spaß machen. Die blöde Katze haut immer ab in den Nerv. Head Unlock Tardis. Wie kann ich denn den Hut aufsetzen? Hier in der Erde blubbert irgendwas? In der Erde blubbert was? Gibt's hier Würmer oder sowas? Oh ne, keine Würmer bitte. Ich geh lieber weg von dem Blubber Zeug. Wie Würmer. Na ja, Blaze und ich hatten schon mal Spaß mit Würmern. Ja, genau. So ein ganz klein wenig. Schaf, hallo Schaf, du gehörst mir. Yes. Ich weiß gar nicht mehr, wo unser Zuhause ist. Ich bin zu weit weg gelandet. Mein Schwert ist kaputt, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Boah, auf was ich mich schon wieder freue, sind die großen Tower. Ja, da müssen wir erstmal hinkommen. Wir müssen erstmal die Kitty-Kometen irgendwie entfernen, weil... Ja, ich bin auch schon dabei. Ich hab übrigens auch noch mehr Schafe gefunden. Ich schlachte mal ein paar, ja. Oh ja, ich auch gerade. Also innerlich hab ich grad ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich gerne irgendwelche Muschis hier umbringe. Ich hab Crystal Wings, brauchen wir die? Lass mich raten, du willst ganz andere Dinge mit den Muschis. Was ist denn ein Broom? Ich hab zwei Brooms. Wofür braucht man Brooms? Oh, dann ständige Witze incoming. Was machen Brooms? Das ist Besen, kann man darauf reiten? Ja, Brooms sind Besen. Vielleicht, ja, muss man auch probieren, oder? Gut, Garn, okay. Garn! Wie cool ist der Helm denn? Wie bitte? Hier steckt ein Sword of a Fallen Warrior in der Erde. Ja, geil. Mitnehmen würde ich sagen. Au! Er hat 35 Tage gelebt. Das ist lecker. Jetzt hab ich hier einen Grabstein. Okay, ich konnt's nicht mitnehmen. Doch, ich konnt's nicht mitnehmen. Lass mich selber mit der Berserk. Ach du Sch... Au! Au! Da ist ein Wither Berserk Spongebob. Wieso komm ich ja nicht durch? Lass mich ja los. Oh, ich hab Eisen gefunden, ne? Ich hab Schwierigkeiten. Weckst ihr doch sonst vorhin. Wie komm ich von diesem Besen wieder runter? Ach so. Äh, ich muss jetzt erstmal unser Loch wiederfinden. Hau, hau. Ah. Ihh. Hier kriegt man ja von den Mobs Muskeln. Äh. Äh. Wo seid ihr gerade? Äh, ich such gerade unser Haus zurück. Ich find es nicht. Ich lecke mich. Ach, da unten bist du. Ich seh dich. Da. Ich seh Harpe. Kann ich die? 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 Außer, dass ich hier lecke. Harpe, guck mal nach oben. Hä? Ich geh jetzt zurück nach Hause. Das ist mir zu blöd hier. So. Siehst du mich? Hab nach Hause. Nein. Wie, ich bin doch hinter dir. Yeah. Du hast einen riesen Hut auf. Jetzt bin ich fast über dir. Du fliegst. Ja. Warum tust du sowas? Hab einen Besen gefunden. Ich bin eine Hexe. Aber mir sieht jetzt gerade so aus, als hätt so einen Stock im Arsch. Aber irgendwie leck ich voll hier. Ich hab keinen Kopf, aber einen Stock im Arsch. Ich lass den Besen jetzt hier, wenn ich hier absteigen kann irgendwie. Und diese Katzen, ne? Zitter von zwei. Willst du auch einen Besen haben? Nur wenn man damit wirklich gut fliegen kann. Naja, irgendwie war das nicht so. Und wenn das Spaß macht, sich den irgendwie in den Popo zu stecken. Ja. Wo wir wieder beim Thema Popo wären. Das macht Spaß. Ja, wir wollten nämlich eigentlich, äh, das Projekt irgendwas mit Popo nennen, aber gewisse Leute haben was dagegen. Was ist das? Popo Night Force. Ähm. Spaßbremsen haben uns ausgebremst, quasi. Wieso sind hier schon zehn Enderperlen drin, meine Güte? Hä? Jupp, die waren im Lucky Block. Magical Wings brought you home. Ich muss mal nach Hause, hier. Inventals voll. Neu Schwert. Schwert ist gut. Ich hab Magical Flügel, die mich zu Hause bringen. Egal wo ich bin. Ja, cool. Faszinierend, ne? Oh, das wird so ein lustiges Modpack. Oh, ja. Es wär immer ganz toll, wenn's aufhören würde zu laggen. Ja, dann müssen wir mehr Katzen umbringen. Ne, ich glaub, dass ich nicht nur an den Katzen, das liegt auch an den Items, die hier rumliegen. Auch, ja. Aber mein Invental ist voll, ich kann nichts mehr mitnehmen. Äh, und ich koch uns grad noch ein bisschen scharf, deswegen kann ich leider nicht. Boah, Schafsmagen oder was? Ne, ne. Haben wir den jetzt schon? Haben wir den genug Flint? Bin ja grad dabei. Ich hol ja grad welches. Obwohl es wird grad besser mit dem Lecken. Ja, weil wir immer mehr einträchtig sind. Also eigentlich müsste man ja sagen, die Muschis lecken. So, dann hätten wir hier noch ein zweites Bett. Das sind ja schon mal die Hälfte, die wir brauchen. Die Wolle. Warte mal, ich hab noch sieben Wolle dabei. Ich hab noch sieben. 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 Ich hab noch unsere Trelle. Ich kann den Gravel nicht abarbeiten, doch nochmal warum. Hier komm, ich bin dormiger. Wieso kann ich den Gravel nicht abarbeiten? Und noch lustiger. Wahrscheinlich Home Protection hier. Hier? Ja. Hallo? Es ist hier Gravel, ich kann die abarbeiten, weil sie.. Ich seh dich wie durch Glas. Den musst du wegmachen. Hier ist noch Gravel. Ich muss gleich zwei Betten machen. Mach mal. Wo sind die? What, wo? Wie? Wer mag? Wo seid die denn? Wann kann man Gravel nicht wieder umarbeiten direkt zu Flint? Weiß ich nicht, ich packe halt mal 3 ins Inventar, also ins Craftingfeld. Ja, mach ich gleich, ich wandel mir das erstmal ein, weil es ist ja jetzt schon wieder... Es ist ja erst 9.23 Uhr. Ist ja noch voll lang der Tag. Wäre mal wieder Zeit für so einen Einschlag von irgendwelchen Alien-Kippen. Ja ne, lass mal stecken. Äh, Norweger Katzen, ja. Wäre toll. Hast du für einen Hut auf schon wieder? Ich atme wie durch Glas. Guck mal, mein Hut ist auch gut, oder? Auf jeden Axt im Kopf, aber du hast immer noch hinten quasi... Fehlen dir die... Also ich hab eine Axt im Kopf, aber ohne Kopf, ja? Bring die Hüte denn auch irgendwas aus? Warte mal, das ist doch hier unser Zuhause hier, oder? Das ist doch hier unser Zuhause direkt. Wenn man hier durch die Wand kriegt, kommen wir doch genau rein. Hallo. Ja, dann bauen wir noch eine zweite Tür und dann halt sich die Laube. Ja, mach mal. Ist doch schön. Warte. Hab ich jetzt irgendwie Flint gekriegt? Ne, natürlich nicht, ne? Ich hab vier Flint. Die erste Kiste war schon voll, ich seh schon. Ja, ich baue gerade noch ab. Harvestcraft. Oh mein Gott. Wenn ich hier alles weggeklaut hab, dann komm ich vorbei. Also eigentlich war das ja voll das gute Ding, dass das hier eingeschlagen ist, weil dadurch wurde der Flint hier freigelegt. Also nicht der Flint, sondern das Gravel. 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 Gravel eigentlich sogar. Ja. So. Sind jetzt hier die ganzen Items immer weg, ja? Ich hab nur Gravel, ich hab keinen Flint da rausgekriegt, dass du bist. Ja, aber ich hab vier Flint. So. Hab ich schon ein Problem? Hast du Kraft? Mach ich jetzt. Nein, hab ich noch nicht. Drei Stück nebeneinander, oder was? Noch nicht nebeneinander. Ja, geht. Ja, nebeneinander geht's. Man kann das machen. Jo. Wie viel Gravel? Dennoch. Na, wie viel Flint meine ich? Für vier Spitzhacken, vier Flint. Ich hab 17 Flint. Wenn wir dann noch Schaufeln dazu machen wollen, um die auch gleich zu leveln, acht Stück. Ich hab 17 Flint. Und eben ein bisschen was zum reparieren, weil die Sachen haben eine gewisse Haltbarkeit und wenn sie broken sind, kannst du mit Flint wieder reparieren. Ja gut. Wir machen mal gerade ganz kurz ne Aufnahmepause und sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahme. Bis bald. Genau, bis dann. Tschü tschü. Muss ich mir dafür jetzt ein Flint Head machen, oder? Aufnahme 3, 1, 2, 1. Haben wir denn schon so? Und dann sind wir wieder zurück. Am Stention Table mach ich erstmal die Vorlage dafür, ne? Genau, aber einfach weiter. Hape. Jo, ich schreibe weiter. Ja, das haben wir schon. Was, haben wir schon? Das mag ich selber. Ja, ja. Ach, du hast alle Pitheads schon hergestellt, die wir brauchen? Ich schreibe hier erstmal ganz viel Flint. Pickaxe Head brauchen wir so. Weil ich das kann. Pickaxe Head und ich brauch ein Toolbinding, ne? Für ne Dings. Ja, dann mach doch gleich vier, brother. Ja, das will ich ja machen. Aber ich muss erstmal die Patterns dafür finden. Ich brauch ein Pickaxe Head, ein Toolbinding und so ein... Geh mal an den Tisch, wo du das herstellen kannst. Ja, ja. Ich weiß, was da dran steht. Ja, was da dran steht. Ja, was da dran steht.